Guten Tag meine Damen und Herren, hier sehen Sie die Riesenraupen des großen oder Wiener Nachtfrauenauges, Saturnia Puri, adult, haben diese Raupen etwa eine Länge von 12 cm, sind grasgrün, mit azurblauen Sternwarzen besetzt und einer roten After Intarsia. Sie gehören zu den größten Schmetterlingen Europas, den großen oder Wiener Nachtfrauenaugen, mit Spannweiten von bis zu 16 cm. Gehört er zum größten Schmetterlingen Europas, hier die Raupen aus eigener Zucht, L4 und adult, wunderschön, gefräsig und gigantisch groß. Ein Handschuh voller Riesenraupen, sozusagen. Es sind gigantische Fresser. Innerhalb von 5-6 Wochen erreichen sie eine Größe von 3 mm nach dem Schlupf bis zu 12 cm und so haben somit ihre Größe vertausendfacht quasi. Unglaublich. Man kann beim Wachsen quasi dieser Schmetterlingsraupen zuschauen, bevor sie sich jetzt in wenigen Tagen in braunen, großen 6 cm großen Seidenkorkons verpuppen und überwintern. Es gibt nur eine Generation der Art. Und nächstes Jahr, Ende April, Anfang Mai, je nach Widerung, schlüpfen und auch nur etwa 8 Tage als Schmetterlinge leben. Es sind ganz besondere Riesenraupen. Und auch die Schmetterlinge sind wunderschön. Gleich lebendigen Juwelen Vielen Dank fürs Zuschauen und das Interesse, euer Andreas Capone-Mohr, Mr. Butterfly Ciao, bis zum nächsten Mal.